Beim K-1-Finalturnier 2003 gab es unmittelbar vor dem Endkampf Bonjarski gegen Musashi. Einen Superfight mit einem schnellen und spektakulären Ende. Jan the Giant Norte aus Südafrika gegen Martin Holm aus Schweden. Der weitaus kleinere der beiden in der schwarzen Hose. Anfang hier unter Druck durch die heftigen Boxattacken des Südafrikaners. Der rein von der Figur her hier den überlegenen Eindruck macht und der auch in diesen ersten Sekunden kampfbestimmend ist. Die Taktik von Martin Holm kann nur sein, hier schnell auf den Füßen, viel bewegen, kein festes Ziel bieten. Aber das gelingt ihm in diesen ersten Sekunden dieser ersten Runde nicht. Gute Kombination von Norte abgeschlossen mit der linken. Und Martin Holm muss sie einstecken und taumelt nach hinten. Und dann, ganz überraschend, das Knie auf die Rippe. Was im Boxen Leberhaken heißt, heißt hier das Knie auf die Leber. Und Martin Holm ist der Sieger in diesem Superfight. Ein bisschener gibt es, weil es unser Knie auf die Rippe anbieter ist.